So, da sind wir wieder bei Bloodborne, weiter geht's. Äh, Manu und ich hängen so ein bisschen planlos bei dem... bei diesem Spinnenvieh. Ja, weil wir zu zweit sind wahrscheinlich. Ich glaube, dass es wurscht, wenn du die umhaust, der Summon die einfach nach und fertig ist. Wir können natürlich schon die Verteidigung ausdünnen, da hast du natürlich recht. So, jetzt Achtung! Und bei mir waren vorhin die vom ersten Mal noch mit dabei, ne? Achtung! Ja, die Musik ändert sich auch. Hältst du das aus? Weil dann versuche ich die Verteidigung auszudünnen. Also wenn die Spinnen selber angreifen, sind sie... Alter! Wenn die Spinnen selber angreifen, sind sie verwundbar. Die haben anscheinend zwei... Zwei Phasen, sag ich mal. Eine Death-Phase und eine Angriffsphase. Nee, nee. Ich hau hier ganze Kombos drauf. Und das bewirkt mal so gut wie gar nichts. Nein, Manu! ... ... Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Also am Anfang die Verteidigung aus denen, das ist eine gute Idee gewesen, aber du hast halt Spinnen, die gehen schnell down und du hast Spinnen, die gehen überhaupt nicht down. Wenn du es seitlich schlägst, dann machst du den Vogelschirm. Wenn du es schlägst, dann hast du den Vogelschirm. Wenn du es schlägst, dann hast du uns ein Panzer und auf den Kopf schlägst. Und dann war es 3.000 Kilometer. Und dann starten wirklich. Also ich bimmle schon. Ich stehe wieder im Erdgeschoss. Ich bin am überlegen, ob Molotovs was bei den Spinnen ausrichtet. Aber warte mal, ich habe hier noch Blutcocktails. Wenn ich die irgendwo hinwerfe, vielleicht werden die davon angezogen. Ich habe das auch schon gesagt. Kannst du dir ausprobieren? Oder wenn du den Boss nicht schlägst, dann haben sie wieder genug geschickt. Doch, doch, wenn die dann ignorieren uns die Spinnen, ja. Und wir können auf den Boss kloppen. Ja, ganz ignorieren werden sie uns wahrscheinlich nicht, aber... Ich habe jetzt im Übrigen hier meine ganze Quickbar mit Buffzeug ausgelegt. Na, äh, diese Knochenmark Asche und Blitzpapier. Die ich nicht eingesetzt habe, weil ich halt ein besserer Axtkämpfer bin. Weil die Range ganz einfach passt. Ah, die Spinnen machen übertrieben Schaden. Ja. Ne, äh, Stillstehendes ist fast unsichtbar. Ja. 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 Ja, die ersten, da brauchen wir uns nicht buffen dafür. Hier ist gerade der Typ, der vorhin uns von oben überrascht hat, ne. Er ist gerade hier runter gesprungen. Aber sowas ist ganz verbiesen und dass wir da nicht rauskommen. Kannst du da fahren? Ja. Ja. Ja, das ist ja sehr. Ja, finde ich, nicht weniger. Ja. 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 Ja, das ist ja anders los. Interessiert die nicht Hier von der Seite ran Hau die spinnen hier weg Nicht den Boss Die spinnen Die spinnen Die außenstehenden lassen wir mal jetzt Bissett hier ist er da Achtung Also erst die DEF Achtung 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 Zum Blick sind die kleinen Spinnen echt träge. War klar. Gut, aufgepasst, die hat jetzt wieder irgendwas Fieses. Ich habe Aggro von der Großen. Ich habe Aggro von der Großen. Achtung. Arton? Alter. Meine Fresse. Ich hoffe, ich habe das auf Zelluloid. Verwandten, Kaltblut, Stufe 12. Ja. Ohja. Wo? Was ist da? Ich habe keine Lampe gesehen. Ich muss einmal die Lampe finden jetzt. Ich sehe hier keine Lampe, ehrlich. Nein, das ist schwer. Das ist schwer.